Hallo alle, guten Tag! Wir sind jetzt hier bereit. Wir gehen auf eine Schwimmrenn heute. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ich bin so stolz, denn heute machen wir einen Rekord da drauf. Ich hoffe, ihr alle hat einen super Tag. Wir fangen gleich an. Habt eure Schwimmhute dabei, ich hab meine Schwimmbrille, ich hab meine Olympische Hemd an. Normales hab ich meine als Schwimmzug an, aber geht nicht heute. So, ich geb, wir gehen uns durch. So, vorher, ich war auch ein Schwimmer. Wir mussten immer aufwärmen und richtig aufwärmen. So, wir haben ein Schwimmbad nett. So, wir machen einen kleinen Aufwärmen hier. So, was wichtig ist, ist die Arme, die schwimmen. So, wir machen kleine Kreise neben dem Körper. Gut, die Hände sind aus der Seite. Gut, kleine Kreise. Die kommen ein bisschen größer und größer. Und so groß wie möglich. Gut, das ist nach vorne. Gut, jetzt wieder langsam rückwärts. Und breiter. Und so breit wie möglich jetzt. Rollen. Gut. Die Arme muss schön warm sein. Super, super, super. Super, super, gut. Jetzt, was ihr könnt, immer geübt. Ein nach vorne, ein nach hinten. Gut. Ein Arm nach vorne, ein Arm nach hinten. Super. Benutze ein bisschen Rhythmus. Ein bisschen Drehen von dem Körper. Gut. Jetzt wechseln wir die Seite. Super. Und wechseln wieder. Gut. Und wechseln wieder. Wunderbar. Rollen. Roll den Körper. Super. Super. Jetzt benutzen wir die Beine ein bisschen. Wir gehen ein bisschen so hüpfen. Seitlich so. Eins, zwei. Eins, zwei. Auf die Zehenspitze. Zwei. Zwei. Der Blut muss ein bisschen flubsen. Durch den Körper. Oh, ich bin so bereit für mein Schwimmrennen. Heute machen wir eine Medley. Das ist eine Vierer. Wir machen alle dabei. Schmetterling. Rückschwimmen. Brustschwimmen. Und Grauschwimmen. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ich bin gut. Noch springen. Noch springen. Und jetzt ein Bein springen. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Auf die Plätze. Und jetzt immer los. Gut. Und wechseln die Beine. Super. Super. Gut. Gut. Und los. Jetzt kommen die Knie schön hoch. Jetzt laufen wir ein bisschen. Wir müssen schön warm bekommen. Yes. Und jetzt die Knie schön hoch. Gut. Super. Bisschen höher. Noch 30 Sekunden. Gut. Wuhu. 20 Sekunden, alle. Wunderbar. Noch weiter mit den Knie schön hoch. Gut. Gut. Drei. Zwei. Eins. Aufwärm ist vorbei. Jetzt gehen wir zu der Erste. Was fängt zuerst an? Das ist unser Tauchen. So. Wir machen das folgendes. Manche Leute machen das zusammen. Wir üben beide. So ein Fuß nach vorne. Ein Fuß dann ein bisschen nach hinten. Wir sind so. Wir gehen an den Marken. Bereit. Los. So los. So schnell wie möglich. Ja. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. So schnell wie möglich. Beide. Wir gehen noch fünf so. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Gut. Noch vier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wow. Noch drei. Dann bringen wir die Beine zu. Wechsel die Beine. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Noch zwei. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Letzter eine. Auf die Plätze. Fertig. Los. Super. Andere Beine nach vorne. Gut. So breit und hoch wie möglich. So schnell wie möglich. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Reaktionen alle. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Wer ist schneller als ich? Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Noch vier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Noch drei. Super. Alle. Gut. Weiter so. Auf die Plätze. Fertig. Los. Noch zwei. Auf die Plätze. Fertig. Los. Letzte hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Ich denke, ich war schneller. Super. Super. Jetzt machen wir die Beine zusammen. Auf die Plätze. Fertig. Los. So hoch wie möglich springen. Okay. So schnell wie möglich. Noch sechs. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Es würde schnell sein. Auf die Plätze. Fertig. Los. Noch vier. Gut, alle. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. Noch drei. Die Plätze. Fertig. Los. Noch zwei. Auf die Plätze. Fertig. Los. Letzte eine. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut. So. Die erste von den Meldling machen wir Schmetterling. Für die Schmetterling machen wir Stehen. Die Arme. So. Wie eine Fisch. So. So. Gut. So. Nach vorne. Zieh. 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 Gut. Gut. Nach vorne. Rippus. Benutze den Rippus. Yes. Yes. Jetzt bleiben die Beine still. Benutze nur die Arme. So. Hands. Zwei. Drei. Vier. Wir gehen zu 20. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Über. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 20. Wuhu. Jetzt legen wir am Boden. Wir machen Kicken. So. Wir legen am Boden. Die Beine sind zusammen. Und wir kicken nach hinten. Gut. Kicken. Beine zusammen. Hoch und runter. Super. Weiter so alle. Weiter so. Wunderbar. Wunderbar. Kicken. Kicken. Wunderbar. Immer noch. Immer noch. Noch 20. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch zehn. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wuhu. Jetzt ist rückwärts schwimmen. Wir würden das ein bisschen unterschiedlich machen. Wir sitzen auf dem Po. Und jetzt ein Arm. Zurück und zieh. Ein Arm. Zurück und zieh. Ein Arm. Zurück und zieh. So. Wir sitzen auf dem Po so. Gut. Rückwärts. Rückwärts. Jetzt benutzen wir den Rhythmus. Zurück. Zurück. Ziehen. 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 Gut. 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 Rückwärts. Rückwärts. Halten. Und wieder rückwärts gehen wir. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Börter. Boden. Jetzt halten wir die Beine ein bisschen hoch und kicken. Zwanzig. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zwanzig. Pause. Wieder hoch. Beine hoch. Und rückwärts. Rückwärts. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Pause. Armen so gerade wie möglich. Beine so gerade wie möglich. Gut. Und kicken. Kicken. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sieben. Acht. Neun. Zwanzig. Letzte Runde. Hoch. Gut. Und jetzt gehen wir eins. Zwei. Drei. Nur zehn. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hinten. Gerade alles ausstrecken. Gut. Und jetzt mit die Beine. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zwanzig. Wuhu. Jetzt drehen wir um. Zum Brust. Schwimmen. So. Wir sind auf dem Bauch. Wir kommen hoch. Nach vorne. Arme kommen zu der Seite. Dann nach vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Halten. 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 Und Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Bring die Beine hoch. Von der Seite. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Und halten. Alles hoch. Halten. Und Pause. Noch zwei. Und los. Halten. Gut. Seite. Vorne. Seite. Schwimmen. Wir müssen die andere gewinnen. Halten. Vier. Fünf. Sechs. Halten. Alles hoch. Und Pause. Letzte sechs. Letzte sechs. Und los. Pause. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Vorne. Seite. Halten. Halten. Und Pause. Woohoo. Jetzt kommen wir zu der Letzte. Grau schwimmen. So. Sind wir alle bereit? Jetzt gehen wir in der Liegestützposition. Alle in der Liegestützposition. Und jetzt machen wir Grau schwimmen. Das ist unser letzter 50 Meter heute. Gut. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Jetzt die Anweite ist hoch und abwechseln. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Wir springen. So. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wieder Grau schwimmen. Noch zwei Runde. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Kicken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wieder Grau schwimmen. Letzte. Letzte Zehn. Dritte. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wuhu. Oh. Super alle. Renn vorbei. Wir haben den Schwung gewonnen. Vielen Dank für das Folgen. Bitte. Schau mal auf meine YouTube-Kanale für die nächsten Videos. Freue mich, die alle zu sehen am Freitag. Dankeschön. Viele. Amen. Grüß. Bitte. Tschüss. Hal unch. Tschüss. Dritte.